ja Leute ich bin's wieder Markus von Lappengeater vorher geschnitten wieder am Backfield Hardline Episode 5 die Fede ja wie schon bei Markus gesagt ich werde jetzt 25 Minuten mein timer läuft schon weil ich immer hier einen kleinen Cut machen hier ja weil es ja immer bei ich glaube es ist nach einer halben Stunde kackt's ab sehr schön oder das nicht ja es fand finde ich immer wunderschön ins Folge war mit Musik hinterlegt und ja letzte Folge Episode haben wir erfahren dass wir in den Knast gesteckt also jetzt wieder aus dem Bilde knast gesteckt werden wir haben erst unser DOS Stoddart und die Kim wer ist die ich glaube die Kim hieß die oder ist die Kim oder die hier halt ne die sind die die sind die Alter die sind die Alter ist das denn nirgendwo egal ich weiß gar nicht mehr wie der heißt ja die haben irgendwie weil wir das Geld nicht genommen und jetzt haben die Behörden irgendwie Geld von uns gefunden ich weiß nicht wie viel es waren wir glaube ich in 15.000 Dollar wenn ich wenn mir nicht alles täuscht ähm wie schon gesagt ich wie schon gesagt ich hatte mir ich hätte befürchtet dass es so passieren wird ähm ähm das crazy eindeutig und ähm ja wir schauen jetzt was so los ist ähm ja wie es im Knast wie es aussieht und äh ja ähm ja wir freuen wir schauen wir mal wie es so wird nimm es ist schon fast drei Jahre her dass Nick mit große wegen eines verbrechens verurteilt wurde was er nicht begann hatte die Wunden sind auch die immer tief drei Jahre drei worte was drei Jahre von dem hierher alter drei Jahre ok das ist eine lange Zeit und wir schauen mal was jetzt wird aber jetzt kommt erstmal der Lade Screen Loading Screen und ja spannende Musik hier Mysterious mal schauen schädlich hilft uns jemand raus ich tippe auf den Russen wie bei Band 4 also das ist immer hier ich glaub das ist das oder wer ist das ne ich glaub kennen wir den ist doch der oder ist das der doch der Ding von dieser chinesen Freund oder so also einer der Freunde ja klar und selber verhaften ja genau das ist das genau und selber verhaften was bisher geschah ok also Nels hat etwas über ein Deal mit Stoddart gesagt habt den Deal angenommen es wird alles hier um Stoddart seit gestern bin ich euer neuer Boss Tab und Tyson waren die Brüder Weiß mit Vorliebe fürs Ghetto Tab ist nie rausgekommen hier ist alles drauf was du wissen musst Captain was zum Kai ich war mir so sicher dass du bei uns denn Platz finden würdest hm genau ja ich hätte eigentlich gar nichts erzählen müssen ob es ungefähr war das ja genau aha das war die Szene ich hab gesagt Schnauze halten verdammt nochmal Hals Maul was willst du denn dagegen tun mich einbuchten ich will hey Mekaf es reicht jetzt halt du dich da raus Mendoza gern doch hm guten Abend Detective Tab ja wir beide sind weit weg von zu Hause Nettes Gespräch hier hier wird gleich ne ganz heftige Nummer gestartet oh jetzt geht's ja ich ab mach mich nicht an mann ich bin nur der Bote Tyson hat gesagt wo 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 Moment Tyson Latchford ja siehst du jetzt hörst du mir ja doch zu oh der Plan geht folgendermaßen oh man scheiße heiß ich sollte dich warnen aber scheiß drauf Alter halt dich einfach irgendwo fest oh shit was ist hier los party time shit Alter jetzt geht's ab Alter oh yeah ich glaube das wird dann so ein Bandgewicht keine Ahnung mal schon jetzt geht's ab ab okay freu mich schon oh fällt dir der denn auf au ich weiß nicht was oh 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 Mann ist zu schwer aber musst du Leute du wirst nicht wissen wie lange ich den Schlüssel schon haben und schon gar nicht wo ich ihn bisher stecken hatte was machst du da Tyson wartet am Wasserturm auf dich sobald er damit fertig ist die Bullen abzuleiten halt was geh zum Wasserturm hey Moment mal und was ist mit dir Mann hast du es an den Ohren Wasserturm los Maki wie ist denn was dann muss der ich glaube Mann 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 Ich bin nicht da, Alter. Das ist crazy. Officer hat's erwischt! F, 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 F! Drück auf F! Alter! Ja, hier ne Knarre nehmen. Haben wir alle diese Tech-Immwas? Was für'n Lame, was für'n Lame hier? Lauf, Junge! Lauf! Lauf! Wo muss'n denn hin? Ich basically nicht mehr durch. Der hey was doin' so rein? Oh Ma. Ja, öו sup! Na, neי tamm. Kohle ich doch auf die Straße, wo die Wechsle sind. Auf gehts! Ich bin echt schneller, oder? Warum muss ich denn hin? Ich pick das nicht. Oh. Da! Da ist er! Was ist die Dore? Was ist die Dore? Ich habe die Dore. Auf den Boden! Sonst gibt's Ärger! Was? Was? Du musst doch da hin? Naja, musst doch da hin. Eigentlich da rein? Nein. Ich check diese... Oh. Gibt es hier ohne Karte? Nein. Jetzt ist das System nicht. Ah, jetzt verstehe ich... Oh. Ich bin nicht da. Ist nicht behindert. Was ist das denn? Sofort spielen! Leg dich nicht mit mir an, dass wir sind... Oh, fuck! Halt, ich hab doch jetzt gedrückt, ey! Ich hab doch vorher gedrückt wie der Wichser. Guck mal. BTF-Witz, ey. Behindert. Oh, man! Ehehehe. Ja, einfach im Auto, wo einfach keiner drin ist. Irgendwie. Was war das? Ja, ich hab doch... Sofort zu ihm drücken! Sofort auf den Boden! Leg dich nicht mit mir an, dass wir dann schocken sich doch voll! Gibt sich Konten! 6,000! Nein! Nein, nein! Sofort rauskommt! Was jetzt? Ja, ich hab so... Ah! Ja, ich hab jetzt... Was ist der Teufel? Verstanden! Was ist der Teufel? Verstanden! Verstanden! Zentrale, hier hat seinen Officer erwischt! Jawohl! Schön auf die Fresse! Was? Nein! Meine Versorgung! Also ist da keiner, weil die Stadt verlassen ist! Du kannst da reingucken und da ist keiner! Deppee! Oh nein! Da ist einer! Oh mein Gott! Das war jetzt klar! Das ist doch noch Heli, Alter! Was für Assis! Der darf mich natürlich nicht sehen, glaube ich! Ach! Scheiß drauf! Jetzt oder nie! Ganz ruhig, Mann! Die dürfen dich nicht sehen! Vater! Da war er! Holt mal ne Lampe her! Da ist er! Scheiße, du Ärger! Da ist er! Hä? Halt, hab ich dir doch erwischt! Ich muss den Typen irgendwie ablenken! Ich muss den Typen irgendwie ablenken! Ich muss den Typen irgendwie ablenken! Ich muss den Typen ablenken! Auf den Boden! Sonst gibt's Ärger! Sofort auf den Boden! Sonst gibt's Ärger! Sofort auf den Boden! Sonst gibt's Ärger! Leg dich nicht mit mir an! Das hier sind 40.000 Volt! Sofort auf den Boden! Sonst gibt's Ärger! Willst du Ärger? Ruhe! Auf den Boden! Sonst gibt's Ärger! Alter, das ist doch... Widerlich! Stink nach Ammoniak und Katzenpisse! Das ist ein Meth-Labor-San! Okay! Das wär Schritt eins! Nichts wie Fäckir! Das fliegt hier gleich alles in die Luft. Oh shit, Alter. Tja, das hat funktioniert. OL, Du Öl und dann! Boa! sehr weit schnell weg schnell weg zum wasser tun 1 ja Ja, gut. Hey, Arschloch. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Hey, hey, hey! Da ist jemand, mit dem du reden solltest. Hier, nimm das. Was soll das sein? Siehst du das Schilder? Leuchte es an dreimal. Ganz schnell. Okay, mal nichts. Genau da musst du... Hier sind wir nicht sicher. Wir teilen uns auf. Tyson? Scheiße. Alle Einheiten, Verdächtige auf dem Übelgewicht sind, kommen wir rüber. Eure Strafe erhöht sich dadurch nur. Oh, shit. Wir sind in der Pfade. Oh, shit. Oh, ich stecke mir ziemlich in die Scheiße, in die Scheiße, in die Scheiße. Oh, verpiss dich. Verpiss dich, du Scheiße. Hör, hilf mich! Es wird zart. Oh, geht doch, da hinten. Ich bin nicht da, nein. Ich war nie da. Was? Was stimmt das? Wir laufen auf den Boden, sonst gut flach! Wir haben ihn, meine Rutschungsrufe. Sofort auf den Boden, wir laufen dich mit. Auf den Boden, sonst gut flach! Hi, Sam. Wir haben den Einheiten, wir laufen dich mit. Sofort auf den Boden. Ritiff! Nice! 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 Okay, hier! Nice! 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 sehr gut ein neuer look gefällt mir übrigens was wollen wir jetzt heißen erst mich war es einfach ab mann nein ich will es jetzt erklären wir zum beispiel mal warum du den bus in die luft gejagt hast in dem ich war okay das war scheiße aber funktioniert nur ist mir nach okay ausgeschickt hier das crazy und ziemlich schlechter wetten ist es geil mit dem wir reden werden wir das ist so klar ihr wollt mich doch verarschen tabs transport der schlüssel kaputte kopf wir kennen uns eben aus man es tut mir echt echt leid gibt mir einen grund ich nicht auszulocken erstens ich schlag zurück da bin ich mir sicher zweitens julian dawes denk mal drüber nach er hat mir alles versaut er hat dich eingebuchtet und sie hat er auch abgezogen du bist der einzige dem wir vertrauen können vertrauen und was bitte soll ich davon haben das muss kapieren dass seine taten konsequenzen haben auf gerechtigkeit stand du schon immer richtig was wäre wenn ich euch sage sollte ich ins knie ficken dann ficken wir uns ins knie ja was und du kriegst die entscheidung so schwer das ist eine zwangsentscheidung eigentlich das wird ihr bis zu der fünf väter und die ging nur 90 minuten 30 sekunden ungefähr und mädchen reich so ein bisschen keine fliege baller was auch mal sagen muss und ja jetzt arbeiten wir hier zusammen mit denen und diesen doors aufhalten knast bringen oder so und ja ich soll jetzt sagen wir sind das nächste mal zu einer weiteren folge von welcher hat dann mein kopf der zeit oder irgendwas anderes und ich sage dann bis dann schau